Wenn man schon seit langer Zeit zusammen ist, wird alles zur Gewohnheit und Selbstverständlichkeit. Aber wenn man seine Hausaufgaben macht? Telefone, Schreitmaschinen, Laden, Tischteffin, Stremine, keiner hat mehr Zeit die Welt zu sehen. Fernseh, Kasten, Fußballspiele, Krimiserie, Sorgenviele und schon wird es Zeit zum Schlafen gehen. Wir fragen dann, was wird am Morgen sein? Aber halt, da fällt mir etwas ein. Hab ich dir heute schon gesagt, dass ich dich liebe? Hab ich dir heute schon gesagt, wie schön du bist? Jeder Tag wird gefüllt durch die Liebe. Jeder Tag ist ein Tag erst durch dich. Hab ich dir heute schon gesagt, dass ich dich liebe? Hab ich dich heute schon gefragt, wie es dir geht? Jeder Tag wird ein Tag erst durch die Liebe. Ein und darin sollst auch du heut lieb zu mir sein. Gut, dass du heute auch nächstesud uns trägr ру rockstellt. ürmelie Vielen Dank.